Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Schümpel, mach die Blätter. Gibt's dafür eigentlich eine spezielle Verwendung? Die Kastanienmännchen sind fürs Herbstfest. Wahrscheinlich gibt's auch ein Frühlingsfest und ein Sommerfest. Und dann hat man sich tot gebastelt. Kastanienmännchen, ist doch kein Ende hier. Doch, Paul, es ist das Ende hier. Wo wollte jemand denn hin? Ich hab trainiert. Marathon, Berlin-Marathon. Am Ende wird er ihn auch noch gewinnen. Warum nicht? Das braucht man ja gar nicht mitzumachen. Paul Haberhoff, Olympia 56. Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Hopp, 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 hopp. Ich brauche jetzt mehr Kohlenhydrate. Ich bin schon fast an der anaeroben Schwelle. Ich bin auch gleich an der anaeroben Schwelle. Sie laufen uns jetzt hier nicht mehr im Park rum. Wie will mir denn das Laufen verbieten? Verbieten? Die machen sich Sorgen. Sie haben massiv gegen die Dienstvorschrift verstoßen. Wir hatten einmal Spaß gehabt. Spaß. Lustig, da laufe ich mir den Arsch ab. Der Marathon ist jetzt schon völlig überbucht. Schon mal unter 2,40 gelaufen? Ja. Wach auf! Es ist vorbei! Verstehen bleibt er schon verloren. Jetzt fertig mit der Welt. Der läuft sich zu Ton. Das Ende, das macht Angst. Sie müssen keine Angst haben. Geht immer gut aus. Ich werde einfach noch gerne vergessen.